Wir sind schon, wir müssen eigentlich schon langsam bei 350 ankommen. Alter Scheiße. Und für wen? Für niemanden. Keiner guckt den Scheiß. Ja. Ohhhh. Oh, was? Oh. Alter. 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 Hier hat ja wirklich jeder Pümpel. Ja, jeder Pümpel. Nur einer ist ein Außenseiter und hat ein Magnet. Der Pümpel sieht auch komplett anders aus, was du gesehen hast. Ja, das sind so... Das greift halt nicht mehr. Genau, das ist so ein Haken. So ein Enter-Haken-mäßig. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Finde ich auch gut, dass sie da bei verschiedenen Dings auch andere Bums machen. Wes? Oh. Alter, was machen wir hier? Alter. Ja, das war mehr Glück. Schon wieder er. Hä? Hä? Was ist denn? Wär mal gespannt, was als nächstes für ein Auto kommt. Von irgendwelchen Filmen. Ja, als nächstes kommt ja erstmal ein, äh, 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 hier, äh, Kistenauto. Was? Ja, ein Kistenauto. Was? Also ein Auto, was man aus der Kiste kriegt. Ach so. Es wurde nämlich, äh, gestern die, äh, äh, nächste Kiste vorgestellt. Äh? Soll diese Woche kommen. Okay. Mit dem nächsten Update. Wenn die Folge, ähm, äh, äh, ähm, wenn ihr die Folge seht, dann ist es schon längs vorbei, also. Ja, neue, ähm, neue, ähm, Kiste, wo ne, äh, äh, Piddleboy ist da. Die aktuelle ist doch die, ähm, Turbo-Kiste, ne? Ich glaub schon. Ja, damit ist es, es ist, ups, Alter. Habe ich dich da gerade weggekickt? Ja. Sorry. Das war jetzt richtig scheiße. Oh. Boah. Das war so scheiße gerade. Das war extrem scheiße. Ja. Die Netto-Kiste wird das als nächstes sein. Okay. Und da ist dann halt auch ein Auto mit bei. Cool. Schon wieder in der Turbo ist auch eine, äh, neue. Ja. Ich sag mal lieber ein normale, ich muss für zwei Obo heute. Ja. Fertig. Aber das neue Auto wird richtig cool aussehen. Mantis, glaub ich, heißt er. Und ist, äh, ähnlich flach wie der, ähm, ähm, von Batmobil. War auch da sowieso flach. Der sieht aber echt cool aus. Was? Machen wir das? Machen wir das. Uah, wachen wir das. Wachen wir das. Oh, mein Gott. Wachen wir das. Wachen wir das. Oh, mein Gott. Wachen wir das. Ist so gut, dass ich mich so weiter... ...woll doch. Hab ich dir denn genau auf deinen Kopf eingeboren, so nochmal drin? Ja. Alter, was für ein Ultra-Kell in dir dann. Boah! Was, Schöne! Das war jetzt ultra-knapp. Boah! Alter! Aber ganz ehrlich, ist das nicht zum Verzweifeln, dass du gegen mich eigentlich vom Dinger, wenn wir beide vorne stehen, echt keine Chance hast, ne? Ich verstehe das nicht. Ich versuche es aber auch nicht mehr. Das ist echt fach... Alter! Das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ne, ich verstehe das nicht, Alter. Warum? Ich kriege den selbst, wenn ich... Bei mir in der Kamera sehe ich den gar nicht. Das ist echt komisch aus, Carlos. Alter! Ich wurde weggekickt! Aber wenn wir durch weggekickt... Okay, von... ...verbot? Der Name wirkt irgendwie wie ein Bot... ...äh, wie ein Bot. ...oder... ...äh, wie ein Bot. Das ist nicht meine Runde. Perfekt reingehau. guter schuss ja weil du springst immer früher als ich später ich kann früher oder sonst das ist tatsächlich so weil ich so früh springe habe ich nicht den richtigen ja Junge das klappt nicht so hat auf jeden Fall den neuen Baktane. Alter, hab dich herumgerüftet. WTF, woher wir dabei hin? Boah. Nicht gut. Was? Ich hab den Faustgottes. Hatte der auch. Ja, kennen wir doch. Das ist so... Boah. Oh, Stacheln. Boah, Alter. Wann los? Ich mach ein Tor. Schade. Nichts kannst du, Alter. Alter. Er macht ein Tor. Nichts kann der, Alter. Alter. Er macht ein Tor. Er kann was. Wollte ihn schon wieder einfrieren. Boah, zu langsam. Da hat man doch mal ne Stacheln gehört. Meine Schreckbehabung. Boah, Alter. Boah, schade. Boah, schade. Boah, passt nicht. Das ist so richtig gewöhnlich. Schade. Boah. Boah, Alter. Was ist das denn? Da sind ja alle auf mich losgegangen. Ja, das war ja schlecht. Das war richtig schlecht. Und das war wiederum gut. Alter. Das war nochmal so ein richtiger Schlag in die Fresse. Alter. Das ist doch unfair. Ja, ja, ja. Gut, ich habe aber auch dafür gesorgt, dass wir das Spiel viel verlieren. Verdammt. Zwei fette Fehler gemacht. Süb, 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 süb. Süb, süb, süb. Glätany ist weg. Macker. Glätany! Hm. Hm. Harry. Deine Wiederklau. Achso, das wird eine neue Map geben. Echt? Neo Tokyo. Neo Tokyo? Was soll das vor allem sein? Als normale Map. Achso, Tokyo als normale Map. Ja, die haben nämlich hier... Die Spieler haben sich nämlich gewünscht Neo Tokyo als normale Map. Und, ähm... Ja, die Seitendinger sind weg. Ah. Und, ähm... Ähm... Irgendeine... Genau, die, ähm... Die, ähm... Die, ähm... Map... Die, ähm... Hier diese, ähm... Wie heißt das nochmal? Wie heißt das nochmal? Dieses, ähm... Rocket Labs. Da gab es doch auch so eine Map. Ja. Die, äh... Die wird entfernt und, ähm... Gegen Neo Tokyo ersetzt. Okay. Das heißt, es wird dann nur noch so eine... Eine so eine, äh... So eine Map geben. Allerdings, äh... Nur... Ich glaube nur noch für der... Für, ähm... Ähm... Dings. Äh... Für private Spiele. Nicht mehr in öffentlichen, äh... Mhm. Was ich eigentlich sehr gut finde. Wobei ich sagen muss, die Map hatten wir lange nicht mehr. Was los? Das war echt knapp, Alter. Ja. Wärst du gar nicht gekommen, das sehe ich. Aber alles in Ordnung. Schade. Hätte er den nicht immer behögelt gehabt. Dann wär deine Mutter nicht ein, äh... Schwager. Was? Was ist... Was ist richtig da? Boah, Alter. Boah, Alter. Mann, ey. Alter. Kann er mal aufhören mit seinem Scheiß. Boah. Was? Das war ne... Alter, wie hab ich den da rausgeholt? Da war auch noch ein Magnet dran gehabt. Ach so. Ja, dann war es eher ein Magnet. Aber du hast die Parade gekriegt, ne? Ja. Weil ich den berührt habe. Nein, Vorfreude und den Mannschaften schaltet. Ich wollte schnell den Ball. Boah. Ja, schlecht erwischt. Schade. Ich habe zwei Glanzparaden gemacht, glaub ich. Ja, was war das denn? Boah, shit. Da. Der geht nicht rein? Doch, der geht nicht rein. Ja, weil da eine Typer noch dran war. Und weil du fett bist. Ich war ein Gegner aus dem Tor. Ach so, der wäre auch schon rein, oder? Oh, ja. Das ist gut, der jetzt aber, ja. Also geil. Ich bin schon wieder ein Dreier-Team. Was ist denn los? Alter, ey. Laura kann es nicht irgendwie begreifen, dass man nicht in ihrem Zimmer ist, irgendwie hab ich das Gefühl. Ich hab das Gefühl, Laura begreift nicht, dass sie in ihrem Zimmer nicht essen soll. Boah. Was hat das denn? Ich hab mir im Heimband schon angepasst. Ich lag auch daran, dass wir damals, äh, kein S drauf hatten. Ich muss doch mal auf. Nicht zu gebrauchen, das Dreckspack heutzutage. Oh, was hat der für eine Reaktion? Hat er schlecht erwischt? Ja. Na doch. Er hat, er hat, er hat. Oha. Oha. Jaaa. Ne. Lack. Fast. Oha. Oha. Alter. Er kann nicht lenken. Alter. Wie hat er das denn hingekriegt? Er konnte eigentlich nicht lenken. Oha. 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 Er ist jedes Mal mit nem Reifen aufgekommen. Oha, ist das scheiße. Was haben wir heute für Pech? Oh. Oha. 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 Glaubst du mir, dass die Leute, die diese Rocket League Sachen verkaufen, weißt du? Diese Seite, die du mir letztens gezeigt hast, ne? Ja. Dass das Rocket League selber ist, Alter? Ne, ne, ne. Das sind Spieler. Das sind Spieler. Okay. Weil das wird nämlich so gemacht, ähm, auf der Seite kann man die Sachen kaufen, aber die werden dann halt von den Spielern selbst geliefert. Das heißt, man muss mit dem, äh, auf Steam, äh, ähm, also man muss den Gruppe gründen und so weiter. Warte. Warte. Knapp, aber gut. Ich hab's fast versammelt. Heftig. Boah, Alter. Kam ich da noch an, ne? Ich weiß nicht, ob du es warst. Ja, auf dem Rücken liegen, weiß ich. Oh, Alter. Oh, das war cool. Was, das war ne Parade? Ja. Ein Mensch weiß warum. Oh, Alter. Eieieiei. Ah. Ah. EWO. Ist das ein Bot? Ne, hier sehen die Profi. Sonst wäre er doch rumgeeiert. Ja, hat er auch. Deswegen war ich so irritiert. Nein. Oh. Oh. EWO. Hättest du auch mal früher machen können. Oh, der hat, äh, Faustgottes. Ey. Schieß mich doch nicht zu Faustgottes hin. Du willst mich nur explodieren sehen, ma? Wer ist? Ja. Gefangst nicht. Doch, du hast ihn weggekickt. Nein. Doch, das war's eigentlich eigentlich du. Ich hab deinen Scheiß nahm gesehen. Ich hab deinen Scheiß nahm gesehen. Der geht rein. Nein. Nein. Das ist deine Schuld. Ah, schade. Da hab ich so... weil ich so schön komme, aber. Oh. Och, Mann. Hört mal auf mit ihrem... mit eurem Pümpel. Team is down. Könnt ihr mal... Turbo-Kiste. Ah, siehst du? Ich krieg schon mehr. Das wird gut. Jetzt fängt der an wieder mit Zählen. Oh. Vorart schon wie... vor allem schon wieder mit Kiste. Ja, ja, natürlich. Du bist schon wieder mit Kiste. Ach, da sind wir auch. Die ist echt selten geworden, Leute. Ja, die ist sehr, sehr selten geworden. Generell die, äh, Rocket Labs Maps. Ja. Die sind halt nicht so... nicht so beliebt, leider. Obwohl, was heißt leider? Leider, das war gut, dass der scheiß nicht geliebt ist. Teilweise echt gut. Alter, wie viel locker und flüchtig, dass ich mittlerweile die Tore jetzt gerade mache. Ich bin glücklich über die... der erste Tokio-Ding da, Alter. Dass die draußen ist. Ach, die ist so schrecklich. Der erste Tokio-Ding? Ich weiß nicht. Warte, lass noch mal. Da, wo an den Seiten hoch und... äh, so hoch geht. Ach so, ja. Da bin ich glücklich, weil sie war. Das war das Dreckigste überhaupt. Ach so, die... Neotokio meintest du. Klassparade. Was ist alles los? Oh. Alter. Weißt du, wird dir jemanden weggekickt oder was? Ja. Ja. Kann ich auch. Hier. Nein. Ich hab den Ball verloren. Boah, Alter. Alter, wer hat mich da weggekickt? Ah. Ich bin blauer. Ah, okay. Evo. Was war das denn für ein... Mikro-Pumpel? Boah. Boah, naja. Sehr gut. Evo unser Held. Der nicht gerne fällt. Alter! Alter. Da hat er eine Musik die Tarane. Ah, Evo unser Held. Der fast ein Eigentum macht. Alter, Glatz gegen's. er hat weiter das ist nicht reichweite wird ich komme daher Mitsprung K weiter jetzt hat ich stand gerade beim Gerstler vier Alter dann gerade ist es vor Ort Wurz Spawn Killer ach schade und er hat aber noch eingehen ich hab das demoralisieren der erste Ton das muss für die Lose näher wirken ja, merkt alter batz sehr schön mal die dreckige Wand, die du nutzt wiii da hab ich noch nen Kick gekriegt, alter weiter da wollen wir aber alles drauf machen ich muss mir mal angewöhnen wie, äh, später zu springen ooo 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 alter das ist ich wollte beim Rückwärtsgang Turbo machen das ist immer nervig ja das hat man doch das hat man doch gesehen ja scheiße aber ich hätte auch nicht zurückfallen können weil, äh, irgendwie mir einen Turbo gegeben hat Klatsch! Alter Ivo! Alter! Alter! Scheiße! Langsam gefällt er mir aber gar nicht mehr, dieser Ivo, Alter! Was ist denn los bei mir? Nee! Nee, da hat er halt seine Momente! Und das war... Und das ist bei Ivo schon ausgebrochen, dieser Moment! Alter, Alter! Ähm... Nee... Habe ich den Turbo gegeben? Ach, ist das widerlich! Boah, kam der Nächste mit dem Magnet! Naja, wenn man einfach nur im Tor stehen und da... Jaaa... Ja gut, der ist aber da hingefahren, aber trotzdem, das war... Ja gut, da hätte ich auch gemacht! Aber so stehen, Alter, das ist wirklich kein Spiel! Hä? Der ist doch da hingefahren! Ja, und da stand ja ne Stunde im Tor! Hast du das gesehen? Bedenke, dass die, ähm, ähm, äh, hier, ähm, dings, ähm, verlangsamt wurde, äh, die, äh... Er stand trotzdem... Quatsch! Nicht stundenlang, aber sehr lange! Stellt sich rein ins Tor und, äh, macht irgendwann den Magneten an! Nee! Kann jeder! Er hat sich reingestellt und sofort den Magneten angemacht! Mann! Dieser Scheiß! Dieser Scheiß-Posten! Dieser Scheiß-Posten! Dieser Scheiß-Mittelfosten da! Ich hing da, äh... Mittelfosten! Mann! Diese kompletten Scheiß-Posten-Rocket-Labs-Maps können sie komplett rausnehmen, Alter! Komplett! Alles, was... EWO! Rausfettig! EWO! Was ist los mit mir? Wenn man dann auch noch, wie hast du, die zwei gegen drei spielt und einer ein Halber ist, also dann... bringt das alles gar nichts hin! Oh, danke fürs Einfrieren! Danke für nix! Danke, Merkel! EIL! Die haben inaktiven... Oh! AHH! Wir wetten, dass das eWu's Eis war! also ich sag ganz ehrlich volle Karte da kann man mir erzählen was man will das ist wirklich Müll Was? Schade Hähnchen Tobo geht mir natürlich immer genau richtig aus Komm schon Oh Nein der Forsten wieder Geh doch auf alter Der Forsten wieder Was? Ja klar und vorne geht er rein auf jeden Fall das wird sein Das ist genau das richtige ist das Null Mutant Ein bisschen Anti Mutant Null Mutant Null Mutant Mach was raus Ja Komm her Knuddel Oh ich hab dich sogar getroffen Knapp aber herzlich Bat So spielen wir auch Ja alter aber das So wie ich mein Unterschied zwischen Nein Oh alter Ich hätte Stacheln Wollt 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 Auch mal mit dem Spinner zusammenspielen Ach ne wir hauen ab Ok Wie viele Runden willst du noch machen? 2 Locker 2 Ok Nächste Folge 2 1 2 1 1 2